In ihren Fragerunden auf Instagram beantwortet Anna Heiser gern offen die Fragen ihrer Follower. Eine Person stellte ihr kürzlich eine pikante Frage. Bauer sucht Frau, Teilnehmerin Anna Heiser, 32, lebt seit einigen Jahren glücklich mit ihrer kleinen Familie in Namibia. In dem beliebten Kuppelformat hatte es 2017 zwischen ihr und Landwirt Gerald Heiser, 37, gefunkt. Das Paar heiratete im Sommer 2018 und zog in Geralts Heimat Namibia, um dort gemeinsam auf seiner Farm zu leben. 2021 wurde der gemeinsame Sohn Leon geboren, im Winter 2022 folgte Töchterchen Alina Mareka. Wie es den Heisers geht und wie ihr Familienalltag auf der Farm ausschaut, können Fans auf den Instagram-Profilen von Anna und Gerald mitverfolgen. Und für alle, denen das noch nicht reicht, veranstaltet Anna regelmäßig kleine Fragerunden. In denen können die Follower loswerden, was sie schon immer wissen wollten. Groß war das Interesse bislang an Themen rund um Kinderwunsch und Geburt. Doch manche Fans bewegen scheinbar ganz andere Gedanken. Würdest du dich für den Playboy ausziehen? Einem Follower brennt die Frage unter den Nägeln, ob sich Anna Heiser für das Magazin Playboy hüllenlos zeigen würde. Eine etwas abwegige Frage, denn im Gegensatz ist die Bauersfrau nicht gerade für freizügige Inhalte bekannt. Für Anna ist die Antwort dann auch völlig klar. Nein. Und sie findet die Idee scheinbar eher belustigend. So schreibt sie weiter. Und ehrlich gesagt, würde es auch keiner sehen wollen, und schickt zwei Lach-Emoyis hinterher. Dann wäre das also auch geklärt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017